Kapitel Nr. 14 auf Kreuzfahrt heißt euch herzlich willkommen bei Uncharted Nr. 3 Okay, da war. Hey, da war. Ich war jetzt gut hier. Oh, eigentlich fühle ich ja gar nicht. Hey, da war. Auf die Fresse, Kollege. Oh nein, nein, nein. Na, der eine ist schon mal weg. So, jetzt will ich den Kollegen da mal kurz mitnehmen. Wie kriege ich den? Das geht hier nicht weg, ne? Gerade. So. Boah, Alter. Der ist kaputt. Auf die Flüsse. So. Ja, das würde ich gern wissen. Boah, Gott sei Dank ist der schon schwerer da oben am Ende. Das würde ich gern lernen, wenn wir nicht wegboxen können. Okay. Gut. Dann ist der auch schon mal weg. Okay. Was ist denn der für die Waffe? Uh, du pack. Die ist gar nicht mal so ohne. Dann nehmen wir die mir natürlich definitiv mit. Weil der hat auf jeden Fall ordentlich. Dann schlagen wir die jetzt mit den eigenen Waffen. Zack, der ist nämlich auch schon direkt weg. Oh, der Hammer. So, dann machen wir hier mal auf. Lass die Waffe doch nicht draußen rumliegen, Nate. Ah, super. Der hat ja die gute Waffe hat er natürlich schön draußen liegen lassen. Ja. Verdammt. Der Kollege ist da kaputt. Boah, ist ein bisschen wie Division. Boah, der ist nicht ohne. Aber jetzt ist er tot. Ich habe auch nur zwei Schiffs auf der Waffe. Gerade gar nicht. Ja, ja, ich weiß, dass du willst. Oh. Da ist noch Munition. Jetzt haben wir zumindest mal wieder ein bisschen was mehr. Da haben wir auch wieder Munition. Das ist immer gut. So, ich gehe mal kurz auf diese Seite hier. Weil ich will es gerade gucken. Ich muss nicht, ich kann nur ein bisschen orientieren, wo die Gegner sind. Da unten ist einer. War mal. Da bist du, Kollege. Hör mal. Hör mal. Und du bist jetzt auch mal da hinten ruhig, Kollege. So, weg mit dir. Da kann ich mich nur noch um denke Mann hier. Und der ist... Hopp. Ja. So, der ist auch weg. Dann haben wir da auch einen Kammer. Auf die Fresse, Kollege. Und du bist auch noch einer. Ha. Pam. 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 Hör mal. Ab. Hör mal. Ich mag es überhaupt nicht, Herr Mensch. Hallo? Habe ich gerade nicht gesagt, dass ich nicht mag, dass man mich schlägt? So. Meine Fresse. So, die Munition nimmt man natürlich gerne mit. So, und dann ziehen wir mal ein bisschen weiter. Boah. Puh. Das ist Götzschel. Hat und kämpft hier, muss ich sagen. Das ist... Aber... Oh, oh. Ein Laser. Hör mal. Hafer hat diese Scheiß Laser Typen. Also, die Scharfschützen. Da habe ich schon mal wenigstens einer weniger. Ah, verdammt. So, der ist auch weg. Hör mal. Komm. Ich habe nur noch 10 Schuss, Alter, auf der Waffe. Ja, der müsste es genau... Ja, der müsste es genau... Ja, hab ihn. Ich weiß nicht, wo würde er diesen... Ja, neben mir natürlich, klar. Hallo. Ich muss sich gerade ein bisschen... Außer... Ach, der ist... Klar, jetzt kommen wieder welche runtergedroppt. Hör mal. So, der ist tot. Wer war da noch einer? Da ist der. Ich gebe jetzt mal deinem Kollegen auf die Mütze. Und da kriegst du doch eine mit. Hab. 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 Du hast auch noch einer. Ich muss so schnell genug die Köpfe drücken. Hey. Spasti, Alter. Oder seine scheiß komischen Freunde da oben. Guck mal. Jetzt haben wir nämlich zumindest mal eine Waffe wieder. Ah. Ja, haut doch mit eurem Scheiß... Diese scheiß Laserperiter. Die gehen mir auf den Piss an. So, das war jetzt gut. Hör mal. Ohne deine scheiß Freunde da oben. Hättest du gar keine Chance. Und das nervt mich gerade. Das ist ein bisschen... Ja, du bist ein Idiot. Ich hab hier keine vernünftige Deckung gerade. Ich habe keine Chance, irgendwas zu machen. Weil sofort... Weil ich egal, wo ich stehe. Die stehen... Die haben mich direkt wieder... Die Typen. Ja. Ja, genau. Nichts könnte da... Aber mit Grön... Oh, hau doch ab von mir. Ich weiß nicht, wo die Typen sind. Die waren und ich sterbe. So, der ist weg. 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 Der ist auch weg. Der ist auch weg. So. Der ist weg. Der ist weg. gesägte Schrotfelte, du Mistkoll. Ah, Alter. So, ich hab Ruhe. Also, was heißt Ruhe? Ich habe weniger Gegner. So. Ich muss jetzt mal durchhalten. Sorry, liebe Leute. Ich muss gerade mal ein bisschen durchatmen, liebe Leute. So. Ähm. Ja. Ähm. Genau. Weiter geht die Reise. Oh, ein Schatzchen. Okay. Kriegt die nicht auf, die Tür? Ja, kriegt die nicht auf. Scheiße. Wo kommen die denn da her? Und dann von hier wahrscheinlich. Auf jeden Fall, da müssen wir auf jeden Fall hin. Das hier so sch... So schleicht, das macht natürlich am meisten Sinn, wenn da noch ein Gegner steht. Oh, dieses Licht, diese Lichtverhältnisse gerade. Da ist nichts gewesen. Das ist mal der eine, ne? Wenn der sich mal bewegen würde, der sich mal wegtreten würde, wäre das lieber. Komm. Hauptsache, das Schiff schaukelt ohne Ende und der steht da ganz ruhig und gechillt. So. Gut. Der ist weg. Klatsch. Auf die Decke. Auf den Boden. So. Scheinen jetzt gerade erstmal keine Gegner mehr zu sein. Er steckt die Waffe weg. Wo? Wo ist er? Da unten. Da unten ist der Kerl. Warte mal, dann gehen wir. Aua. Das war natürlich nicht geplant. Okay, dann ist das so. Ja, ja, ich habe das schon irgendwie mitgeschnitten. Ich will mich gerade... Ich will mich eigentlich gerade ein bisschen orientieren. Ja, nee. Sally. Sally? Äh. Ja. Und was ist da mit Sally passiert? Was ist überhaupt hier gerade los? Das erfahren wir in der nächsten Folge bei Uncharted 3. Und dann sehen wir uns wieder, hoffentlich, morgen um 18 Uhr, natürlich. Tschüss. Wir fragen uns mal, wenn wir die 500-1-2-2-1-2-3-4-3-3-4-4-4-4-4-4-5-5. Und dann sehnte, wenn wir uns wieder raus rausnehmen. Und dann sagen wir mal, was wir mit ein bisschen.